So, Samstagmorgen, 18. Dezember 2010, wir gehen segeln, nur noch ein paar kleine Vorbereitungen. Eiskratzen und ansonsten ist alles ideal. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja, hoffentlich kriegst du das frei. So, noch ein bisschen Arbeit, bevor wir segelklar sind. Eine neue Herausforderung für uns. So viel Schnell hatten wir noch nicht mal zu Hause. Wir werden sehen, die Heizung läuft aber schon. Also für die Innere waren wir jetzt gut. So viel Schnell. 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 Das war's für heute. Rekker in der Kram! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020